Hier bin ich im MoMA Tiflis Museum der modernen Künste. Hier sieht man eine ganz große Plastik und hier sieht man eine ganz kleine Plastik. Es handelt sich um Georg den Drachentöter. Er reitet auf einem Pferd und hat eine Lanze und mit dieser Lanze sticht er in Richtung des Drachen, aber es ist nicht nur ein Drache, sondern es ist auch eine russische CC-20-Rakete und wahrscheinlich hat er das schon besiegt. Hier ist eine amerikanische Thrashing-Rakete, eine weitere Thrashing-Rakete. Das alles wurde von Georg dem Drachentöter erledigt. Georgien ist ja gar nicht gut, auf Russland zu sprechen. Russland hat ja 20 Prozent des georgischen Territoriums besetzt und deswegen sieht man hier auch überall Aufkleber. Russia ist Occupant. Russland ist eine okkupierende Macht.